Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr mal wieder anstattet. In den letzten Videos haben wir schon die Begrüßungen sowie die Anredeformen im Viennamesisch gelernt. Ich hoffe, euch haben die Videos gefallen. Es ist mir aber dann schwer gefallen, ein neues Thema zu suchen, das euch auch interessieren könnte. Also ich möchte nicht unterrichtsmäßig mit dem Anfabet und mit dem Prostabieren anfangen, weil es mir irgendwie langweilig ist. Und auf YouTube gibt es schon zahlreiche Videos darüber, denke ich. Daher habe ich euch um Themenvorschläge gebeten. Und da möchte ich Jürgen Biedermann für seine Idee danken. Er wünscht mich ein Thema über das bestellende Restaurant. Ja, also ich denke für Leute, die bei uns ihren Urlaub in Vietnam verbringen würden, wäre dies ein ganz praktisches Thema. In diesem Video werde ich euch einige einfache Ausdrücke beibringen, die man beim bestellenden Restaurant in Vietnam verwenden kann. Aber bevor wir das machen, würde ich euch erstmal erklären, was man in Vietnam unter Restaurant versteht. Und am Ende des Videos werden wir lernen, die Namen typischer vietnamesischer Speisen auszusprechen. Klingt interessant? Dann fangen wir an. Essen gehen in Vietnam ist nicht gleich Essen gehen in Deutschland. Die Restaurantauswand reist vom feinen Lokal bis zu kleinen Garküchen am Straßenrand. Vietnamesen lieben es, auf der Straße zu essen. Oder man kann auch sagen, Garküche gehört zur vietnamesischen Kultur. Das sind einfache mobile Ständer oder Wegen, die oft direkt am Straßentrand aufgebaut werden. Man erkennt sie meist nur an ein paar winzige Tische und Stündchen an einer Straßenecker. Eine kleine Tafelzeit an, was es gibt. Das Essen da ist unheimlich lecker und preisgünstig. Deswegen vermisse ich unser Streetfood wirklich, wenn ich in Deutschland bin. Wer beim Essen lieber ein Dach über dem Kopf hat, kann stattdessen in ein Mooderlokal gehen. Das heißt, Guanfe. Oder ein einfacher Speiselokal, wie Guangem. Oder man nennt auch Gembinzen. Auch sie wären mit einer Angebotstafel, die Lunchtime und Speisekarte zugleich ist. Imkern, Binsen gibt es preiswärste Reizgerichte mit Beilagern, wie Fleisch, Gemüse, Eierspeisen usw. Diese sind in Vitrinen ausgestern, sodass man nicht den Namen jeder Speise kennen muss. Man zeigt einfach auf das Gewünschte und stellt sich so das Essen zusammen. Wenn man sich von den Hygieneanforderungen eines Durchschnittsrookopiers nicht verabschieden möchte, also ich sage nicht, dass es bei den Garküchen unsauber ist, eben nur anders sauber als in Deutschland. Also, es gibt in großen Städten wie Hanoi oder Ho Chi Minh Stad oder Danang usw. zahlreiche Restaurants oder Cafés, die schön eingerichtet sind und Essen aus verschiedenen Konturen anbieten. Das heißt jetzt, wenn ihr mit der vietnamesischen Küche nicht zurechtkommt, was sehr unwahrscheinlich ist, meiner Meinung nach, müsst ihr in Vietnam nicht verhungern. In den richtigen Restaurants wird oft eine zweisprachige Speisekarte geboten. Nur bei der Garküche muss man wissen, was man genau essen will, bevor man dahin geht. Auch wenn nicht jeder Vietnamese Englisch sprechen kann oder will, kann man sich dort mit Hähnen und Füßen überall bestätigen. Aber es wäre schön, wenn ihr ein paar einfache vietnamesische Ausdrucke kennt. Also manche Ausdrucke variieren, je nachdem, wohin ihr essen geht und wer euer Gesprächspartner ist. Also es geht wieder um die Höflichkeit usw. Aber ich werde euch jetzt die Ausdrucke zeigen, die man in jeder Situation verwenden kann. Zum Beispiel, wenn ihr in ein Restaurant geht und müsstet die Speisekarte haben, dann könnt ihr es so sagen. Ich möchte bitte die Speisekarte. Oder wenn ihr euch nicht sicher seid, was ihr da essen sollt, dann könnt ihr den Kerner fragen. Was können Sie empfiehl? Oder Was der Ingekarte? Also wenn ihr da essen sollt, was ihr da essen sollt, was ihr da essen sollt? Oder wie ihr da essen sollt? Bitte geben Sie mir eine Speiser, die nicht scharf ist. Bitte geben Sie mir eine Speiser, die wenig scharf ist. Ich möchte gerne eine Speise mit viel Gemüse. Beim Bestellen einer Speise könnt ihr einfach sagen, Und dann den Namen der Speise. Wie zum Beispiel Eine Pointe zur Frühlingskrollen bitte. Oder Ich möchte bezahlen bitte. Die vietnamesische Küche ist zu vielfältig. Es gibt in Vietnam so viele Dinge, die man unbedingt gegessen haben muss. Jede Region hat ihre eigenen traditionellen Gerichte sowie Spezialitäten. Da ich aus Hanoi komme, würde ich euch jetzt mal elf Speisen vorstellen, die ich sofort beserren würde, wenn ich wieder zu Hause bin. Wir werden die Liste ganz schnell durchgehen und lernen, die Namen dieser Speisen auszusprechen. Bánh cuốn 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 Also ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ihr weitere Fragen zu dem Thema oder Themenverschläge habt, dann schreibt das einfach in die Kommentare. Darauf würde ich mich sehr freuen. Tschüss, bis bald!